Hallöchen! Willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Team Randomizer Edition! Ach, vielleicht sollte ich die Mauszeige hier rausnehmen, hm? Hup! Alright! Dann, die Oleoma erzählt uns was von den Bären. Äh, ja, danke hier! Merci für die Bäre! Und wir versprechen natürlich, äh, die hier Bären einzupflanzen. Von daher, reißen wir auch mal die ganze Bärenpflanze weg! Wir machen das auch hier mit. Und wie versprochen, gehen wir dann einfach. Tschö! Goodie! Wir sind in Raspberry Pi angekommen. Nice. Was machen wir denn, als hier schön ist? Hmm, sollen wir hier ein bisschen erkunden? Einfach mal in fremde Häuser eindringen? Ah, nee, lass mal. Mit Jams und sowas können wir eh nichts anfangen. Wir können aber mal im Pokémon-Markt ein paar Tränke kaufen. Nicht, dass wir die im Kampf einsetzen können, aber wir können die zwischen den Kämpfen benutzen. Wir nehmen elf Stück mit. Ups. Ja, ich möchte doch noch was. Und zwar ein paar Pokébälle. Jo, dankeschön. Denn das können wir auch noch... Oh nein. Auch noch benutzen. Also, verkaufen können wir auch. Ähm, wir verkaufen auf jeden Fall alle möglichen TMs, die wir sowieso nicht hernehmen können. Dann den älter, den brauchen wir nicht. X-Verteidigung dürfen wir auch nicht benutzen. Wunderbar. Bisschen Kohle gemacht. Und dann schauen wir auch gleich weiter. Hier ist glaube ich auch die Devin-Kopper. Ah, erstmal heilen wir uns. Und da haben wir auch gesagt, ich spüle da einfach hier, dass es ein bisschen vorhat, damit es schneller geht. Oh, schon sind wir fertig mit Hallen. Schneeke. So schnell kann es gehen. Ähm, das ist glaube ich die Pokémon-Akademie oder sowas. Äh, Trainerschule. Müssen wir nicht, wir kennen uns hier voll aus. Du siehst wichtig aus. Oh, wer bist du denn? Na, äh, neues Gesicht hier. Hast du dich schon in die Trainerschule eingetreten? Nein. Da werden wir auch nicht, äh, hingehen. Na gut, dann gucken wir doch direkt in die Arena. Können wir hier schon? Tatsache, wir können direkt hier mitkämpfen. Ja gut. Wenn das so ist, dann versuchen wir unser Glück doch mal mit Roxanne. Ah, haben wir was gegen Kleinstein? Oh ja. Äh, ja doch. Ein Drachen, Drachenangriff. Immerhin. Das zieht ja schon fast die Hälfte ab. Ah, Dragony ist nicht verkehrt. Oh, fast ausgenommen. Schneeke. Zack. Erster Trainer im Eimer. Tschüss, Youngster Josh. Dann gehen wir doch gleich mal zum nächsten. Ich weiß, wir könnten außen rum gehen, aber... Oh. Ist das ein Doppelkampf in der Edition? Tatsache. Das könnte... böse enden, wenn wir... ja... ein unnützes Pokémon gerandomized kriegen. Bin gespannt, wenn wir das erste Karpetauer bekommen. Also, zwei Kleinsteins. Owei und Porrenta. Owei ist okay. Nur, dass das kein... Äh. Scheiße. Das hat kein... Keine Pflanzen... Kein Pflanzenangriff. Äh. Und du hast auch nur... Oh, fuck. Ich glaube... Wir kriegen den Kampf nicht hin. Ich glaube, der Kampf ist... Nicht so prickelnd. Okay. Uproar bringt überhaupt nichts. Alter. Ähm. Oh. Wir nehmen damit die Verteidigung von beiden runter. Mit Silberblick. Auch nicht verkehrt. Nicht so effektiv, aber... Wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen. Mit Silberblick könnte uns das vielleicht was bringen. Oh, vor allem, wenn die ihre Verteidigung hochfahren. Oh nein. Nicht... Nicht Uproar nochmal. Nehmen wir mal hier Barrage. Wir versuchen zumindest mal einen rauszunehmen. Er ist Level 8. Das könnte vielleicht... Ah, vielleicht kriegen wir das hin. Bin mir nicht sicher. Aber die Viecher, die wir gezogen... Uuuuh. Nicht so cool. Die Viecher, die wir gezogen haben, sind jetzt nicht unbedingt prickelnd. Oh, Tackle auf Owey. Ah. Hm. Lass uns mal die Verteidigung weiter senken. Oh, wenn ich dran denke. Alter. Schade, dass man nicht einfach sagen kann... Kampf neu starten. Das würde uns ein bisschen Zeit ersparen. Ja, wobei... Das erste ist gleich weg. Ja, das kannst du ruhig machen. Wir greifen sowieso nicht mit Elektrizität gegen Stein an. Hallo? Äh. Okay. Ihr meint also, das bringt was? Oh. Immerhin ist einer schon mal halb tot. Nein. Der Angriff ist daneben gegangen. Oh. Wie nervig. Komm, wir picken jetzt einfach mal drauf. Oh. Das macht ja schon fast Schaden. Okay. Das kann sich sehen lassen. Oh, gekrittet auch. Gott sei Dank, das erste Kleinstein ist weg. Puh. Die haben zwei jeweils. Oh no. No. Das ist ja behindert. Na gut. Dann... ...nehmen wir das hier raus. Das war auch schon ein bisschen geschwächt von Silberblick. Oh, das dauert ja dann doppelt so lang. Gosh. Oh, weil er halt sich gut. Gut. Vielleicht gut. Ich weiß es nicht. Oh. Soll ich solche Kämpfe schneiden? Soll ich solche Kämpfe spulen? Oder sollen wir das einfach so mitnehmen? Schreibt mir in die Kommentare, was euch lieber ist. Ich habe kein Problem damit, das vorzuspulen. Aber vielleicht nimmt es auch ein bisschen den Flow raus und birgt ein bisschen Hektik. Ah, Defense Curl. Na gut. Dann sorgen wir... Ach, nee, komm. Ich wollte gerade sagen, sorgen wir dafür, dass der... ...dass andere Kleinstein schon mal Silberblick abbekommt. Aber... ...das mache ich dann doch lieber, wenn... ...beide Kleinsteins jetzt dann drin sind. Bitte gib mir irgendwo ein Level ab, dass wir... ...ein klein bisschen mehr Schaden machen. Nein? Danke für nichts. Ach. Ja, ja. Mach das ruhig. Äh, Hypnose bringt überhaupt nichts. Ähm, Reflect. Schauen wir mal. Macht ihr das? Ist das Barrikade? Von wegen... ...wir haben eine höhere Verteidigung? Jo. Wunderbar. Dann bringt uns das sogar ein bisschen was. Ah. Also. Ah, warte mal. Wir versuchen erstmal den da rauszunehmen. Der hat nämlich noch nicht so auf den Defense Curl gemacht, wie der rechte. Sollte eigentlich... ...ein bisschen besser funktionieren. Wow. Dann machen wir ja schon fast einen Schaden, oder? Hat sich gelohnt, den da zu nehmen, anstatt den anderen. Oh, komm. Oh. Ja, das kannst du machen. Es sind schon 10 Minuten hier drin. Und natürlich verfehlen wir. Oh, alles klar. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, ich spule vor. Weil da musst du nämlich überhaupt nichts bestätigen. Das geht einfach so durch, wenn wir hier alles durch haben. Zack. Wir haben wieder verfehlt, oder? Oh, ja. Geht. Unser Reflect ist zu Ende gegangen. Wir packen hier mal drauf. Oh, ja. Das sieht doch gut aus. So langsam geht's. Komm, einmal spulen wir noch. Dann ist der wenigstens weg. Nice. Oh, Ditto ist fast im Arsch. Dann versuchen wir, den mal schlafen zu legen. Vielleicht bringt uns das ja was. Oh, der hat einfach zu oft Herdner gemacht. Aber es pennt ein. Nice. Hm. Wie hört sich dieses Gefahren-Fiepen an, wenn wir auf Fullspeed gehen? Das wundert mich jetzt. Man hört's gar nicht. Okay. Ich dachte schon. Komm, hau ihn weg. No. No. Okay. Das spule ich jetzt wirklich. Das ist zu behindert. So. Wir haben das Fisch umgeklatscht. Das wird nicht, äh... Das wird nicht standardmäßig hier sein, dass wir das so krass vorspulen. Aber das konnte man sich ja nicht geben, oder? Ich geh zurück zum Pokémon Center und heil mich mal. Ja, ich bin ein geiziger, geiziger Mensch. Ich schmeiß jetzt da keine vier Potions in uns rein. Das haben wir auch gesagt, spulen wir. Und dann packen wir hier wieder Bären rein. Für den Arena-Leiter-Kampf wäre das gar nicht mal so verkehrt. Ah. Oran-Berries. Okay. Dann eine für Charlie. Und eine für Ditto. Ich lasse Charlie im Kampf nach vorne. Beide sind Level 11. Es ist sowieso komplett random, wen wir... Oder was für ein Pokémon wir kriegen. Von daher macht das überhaupt keinen Unterschied. Prozentual. Was höhere Siegwahrscheinlichkeit hat. Also, Roxanne. Wie schaut's aus? Ja. Ach, ich hab dir jetzt gar nicht nachgesprochen, obwohl dir das ein Hauptcharakter ist. Ups. Äh. Willst du irgendwas, was ich gerade erzählt hab, mir demonstrieren? Und, äh, welches Pokémon dazu? Ich hab keine Ahnung, welches Pokémon. Also, das sehen wir jetzt beide gleich zum ersten Mal. Jo. Mit einem Kleinstein fängt sie an. Und unser Charlie ist ein Kleinstein. Dann lass uns mal gucken. Ditto ist ein Knogger. Was kannst du denn Schönes? Heuler. Routenschlag. Bone Club. Äh, ist das Knochenmarrang? Ich glaub nicht. Aber Bone Club müsste doch eigentlich sehr effektiv sein. Ähm. Wir wechseln jetzt direkt. Ich möchte nämlich die Bodenattacke haben. Oh, das ist ja gar nicht Herdner, was der hat mit Defense Curl. Das ist ja ein Ekeler. Okay. Hau mal mit deinem Knochen drauf. Ja, sehr effektiv. Mach nicht mehr die Hälfte. Egal. Wir machen weiter. Wir haben da mehr 20 AP, glaub ich. Da kann man ruhig draufhauen. Attacke ginge daneben. Schnieke. Echt ne Potion? Mensch, Rocks. Äh, das ist unfair. Ich benutze was doch auch nicht. Ah. So. Einer noch. No. Daneben. Und jetzt kommt, äh, Felsgrab. Oh, das macht nur drei. Aber senkt unsere Init. Äh, ungünstig. Ja. Naja, ist jetzt schneller als wir. Kacke. Oh, und verfehlen schon wieder. Komm schon. Hau drauf. Deine Init ist gesenkt. Nicht deine Genauigkeit. Oh, wegen den ganzen Defense Curls hat es das echt überlebt. Und hau das nochmal 4 HP rein. Arschlecken. So. Charlie ist Level 12. Und Ditto auch. Geil. Okay. Noch ein Geodude. Ähm. Hm. Ja. Wir nehmen mal Kleinstein gegen Kleinstein. Und am Ende kommt noch ein nasser Gnet, glaube ich. Ja, mal schauen. Wir haben auch Rock Throw. Dann lass uns den mal... ...daneben hauen. Ach, wir haben... Ah. Er hat Felsgraben. Wir haben Felswurf. Ja, nicht so effektiv. Auch nicht so effektiv. Beide Level 12. Und beide völlig lost. Hey. Gecritchelt. Oh, jetzt kommt Felsgraben. Auch nicht sonderlich effektiv. Wir holen unseren Knochen wieder raus. Ja. Und schon, äh... ...steigt er seine Verteidigung. Komm, bitte triff. Nice. Wuhu. Nein, nicht schon wieder unsere... Hm. Inits sinken. Fuck. Er wird wieder geheilt. Ja. Er reicht das? Nope. Ach, er zwischendurch... Oh, come on. Das hätte ihn ungenutzt. Ah. Jeez. Okay, nice need. Wir gehen erst mal auf Charlie. Damit Ditto seine Geschwindigkeit wieder zurückkriegt. Was machen wir hier Schönes? Ähm... Puh. Sollen wir das... Sollen wir das rauszüllen? Nee. Komm. Block? Ach, ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht wechseln. Okay. Dann machen wir das, bis wir... Ja, grün und... uns grün und blau geeret haben. Das Problem ist, er baut jetzt seine Verteidigung so weit auf, dass dann auch... ähm... unser Knochen nicht mehr viel Schaden machen wird. Aber... Wir brauchen nur einen kleinen Crit und dann hat sich die Sache... Oh, der frisst eine Citro-Bäre oder... Nein, eine Oran-Bäre. Oh. Lasst doch den Herd mal weg. Wie viel AP haben wir damit? Oh, nur noch sieben. Wehe, Roxanne. Gib dem auch noch... äh... einen Trank. Oh. Das wär... nicht so ganz cool. Oh. Oha! Gegrittet! Komm schon! Hau ihn weg, Kleinstein! Ja? Oh Gott, das reicht nicht ganz, oder? Nee. Einer noch. Unser der Oran-Bäre ist jetzt auch mal am Start. Hätt's aber nicht gebraucht. Hätt's dir dir sparen können. Nice! Ja gut, dann haben wir das Viech mit Kleinstein umgeklatscht. Das bringt Charlie auf Level 13, vielleicht auf 14? Nope, nicht ganz. Ah, ich hab verloren. Du bist echt stahlhart. Sieht aus, als hätte ich noch viel zu lernen. Hm. Ja, gut. Äh, hier. Nimm... Nimm... Steinorden an dich. Danke. Ich habe den Steinorden von Roxanne erhalten. Der Steinorden erhöht den Angriff deiner Pokémon. Außerdem kannst du jetzt, äh... die Hidden Machine, also die... VM... Zerschneider außerhalb des Kampfes benutzen. Und bitte nimm das auch noch. TM39, Felsgraab! Oh, dankeschön. Das ist Felsgraab. Es macht nicht nur Schaden, sondern senkt auch die Geschwindigkeit des Gegners. Wenn du eine TM benutzt, ist sie... Ähm... Ich wollte sagen, ist sie instant weg. Aber ja, auch... Aber dein Pokémon kann die Attacke dann instant. Du kannst es aber nur einmal benutzen. Ja, bevor wir das benutzen, verkaufen wir die Schose einfach. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir Zerschneider herkriegen. Ah, aus dem Weg! Äh... Hey, warte, bitte! Nicht meine Güte! Ja, viel Spaß mit dem Weg... Oder mit dem Team Aqua Grunt. Wir machen es erstmal hier gemütlich und sind schon wieder weg. Oh, dann laufen wir da mal hinterher. Was ist los? Ey, du! Ey, du bist... Du bist der fantastische Trainer, der mir in Blütenburg bald hier geholfen hat. Bitte hilf mir! Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich brauche die Devon Goods zurück. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann bin ich in ernsthaften Schwierigkeiten... Okay. Dann machen wir das. Dann besorgen wir ihm seine Güter. Wir können uns auf ein neues Pokémon fangen. Damit warte ich dann aber bis zur nächsten Folge. Wir haben Charnera. Hier, nimm mal... Oh! Ich dachte, das wäre Eierbombe. Ups! Äh... Ja gut, du kannst dich angreifen. Ditto, kannst du angreifen? Ja, ist das ein Flamara? Sorry, Charlie. Ich habe dich gerade ausgewechselt. Der hat nicht mal einen... Ach, komm schon. Müssen wir das echt umtäckeln? Na gut, solange es aber nur zwei Täckle braucht, ist das auch okay. Solange es nur drei Täckle braucht, ist das ja auch okay. Ah, wunderbar. Warum ich das noch nicht fange, hat folgenden Grund. Ich habe jetzt gerade drei Folgen hintereinander aufgenommen. Das heißt, die erste Folge ist noch gar nicht online. Deswegen habe ich auch noch keinerlei Namensvorschläge erhalten können. Ich weiß gar nicht, ob es dann welche geben wird. Aber mal gucken. Falls ja, möchte ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Vergiftest du uns jetzt ernsthaft? Nein. Dann kauen wir den Wurm mal weg. 91 gab es dafür. Nicht schlecht. Ne, wir wechseln mal nicht. Wir machen das Level noch voll auf Level 14. Und dann switchen wir unsere Pokémon-Reihenfolge. Und mit Kopfnuss dürfte das zweimal... Na, mal gucken. Je nachdem, wie viel er abzieht. Uh. Gekrittet. Na, aber... Die zweite Kopfnuss wird trotzdem reichen. Nice. Dann haben wir Jose mal weggebobost. Also, Ditto, auf nach vorne. Aber warte mal, wir haben gar kein Level abgekriegt. Drei fehlen. Naja. Wurscht. Wurscht. Die lernt in der Schule und zu Hause. Sehr löblich. Verbildlich, verbildlich. Deswegen kommt es auch mit einem Knilz an. Oh, sehr schön. Dann haben wir genau das Richtige gezogen. Sehr effektiv und trotzdem nicht one it. No, wir sind paralysiert. Das bleibt auch so. Selbst wenn wir... ...und dann im nächsten Kampf komplett neues Pokémon bekommen. Bitte, triff. No. Greif an, Ditto. No. Greif an, Ditto. Ja, Gott sei Dank. Braves Dodo. Wir lassen das noch einmal kurz so und gucken, ob das wirklich der Fall ist mit dem Paralyse. Moment. Bevor wir das aber hier da rechts rein spazieren, gucken wir uns das in dem... ...so in dem Kampf an. Sind wir noch Paralyse? Hier? Ja. Das bleibt dabei. Das ist gut. Wir laufen da mal weg. Und heilen die Paralyse. Und heilen die Paralyse. Gerade noch die Mute-Taste getroffen. Sonst hätte ich euch so richtig schön ins Ohr genießt. Ja, Paralyse heilen. Nehmen wir. Ach, wir hätten einen Fleckmon gehabt. Auch süß. Dann... ...geben wir Charlie doch gleich mal die Beere. Und ab in den Doppelkampf. Bitte gib mir Pokémon, die was draufhaben. Die Gegner sind nicht allzu krass. Oh! Das ist ja auch süß, oder? Hier, gleich zwei Wasserstarter. Hi! Dann packen wir... Ach, Blubber geht auf beide? Okay. Ist dann aber auch nur halb zu stark pro Gegner. Oder doch nicht? Was ein Unterschied. Hey, Level 14! Yeah! Klapp! Das wird auch nicht viel Schaden machen. Ja, und Absorb... ...macht er nicht? Kann er nicht? Okay. Dann würde ich sagen, tickeln wir. Das bringt auf jeden Fall mehr als unser Wasserangriff. Oh ja. Oh, gekrittet. Oh ja. Ja, zum Glück hat Knilz hier nicht... Wie heißt das auf Deutsch? Äh, ja, wir ersetzen eine Attacke. Ah, süß. Oh! Hat sich sogar... Nee, nicht gelohnt. Wobei... Es ist normal... Äh... Effektiv. Weil das... Nee, ist es nicht. Es ist schwach. Naja, dann täglich ein bisschen den weg. Ja, Charlie hat scheinbar mehr... ...Angriffskraft. Passt. Ich hab grad irgendwie im Kopf, dass ich einen Satz angefangen hab... ...und ihn nicht beendet hab. Kann mich nicht erinnern. Ach ja. Mein Siebieren. Gut. Der Wanderer. Kriegt's mit Evoli zu tun? Das ist jetzt nicht unbedingt so... ...prackelnd. Dann nehmen wir doch lieber... Was soll das sein? Was ist das? Das sollte ein Kingler da stehen? Okay. Hab ich nicht erkannt. Zack, weggeblubbert. Ah. Noch ein Dude. Nee, ähm... ...nicht wechseln. Wir blubbern das auch... ...über den Haufen. Und dann packen wir mal... ...ne Potion aus. Oder nen... ...nen Trank auf Deutsch... ...und heilen, Charlie um 20. Dann wagen wir uns in die Höhle. Ja, danke für die Kohle. Ja, danke für die Kohle. Wir haben ja extra Tränke gekauft. Hier, bitteschön. Einmal Vollgehalt. Bei der 40 Max HP. Okay. Schniege. Hey du. Äh. Was soll ich hier tun? Wir haben einen Spaziergang gemacht. Pico und ich. Als wir... ...fetzlich von diesem... ...Gauner angesprungen wurden. Der Ficker hat meinen Liebling Pico mitgenommen. Ah, Pico! Okay. Was? Ah. Komm her und hol dir ne Abreibung ab. Äh. Okay. Mit den Worten des alten Mannes. Lass uns mal den Ficker hier... ...über den Haufen... ...ich will nicht sagen... ...zehe. Aber... sowas in der Art. Dein Fiffien hat doch keine Chance gegen mein... ...Inneko. Äh. Dein Fiffien hat doch keine Chance gegen mein... ...Niederkind. Ooooooh. Halt mich... ...fest. Was können wir denn, Chilis? Äh. Doppel... ...Kick. Zack. Und ich weggestampft. Tschü. Gut gemacht, Charlie. Ja. Damit hast du nicht gerechnet, oder? Äh, ich meinte nicht dich, Charlie. Obwohl, ja, gut gemacht, dass du auf deinem Platz gesessen bist. Jo, hi, 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 hi. Du braver. Jo. Ah. Das ist einfach nicht richtig. Der Boss hat gesagt, dass das ein supidupi easy job ist. Alles, was ich zu tun hatte, war einfach von Devin ein bisschen was klauen. Ah. Wenn du es wirklich so krass zurück willst, hier nimm's. Wir haben die Devin-Guts zurückgehalten. Nice. Haben wir weggesteckt. Hey, alter Mann. Ist das dein Pico? Pico! Ah, ich bin so froh, dass du... Ich wollte gerade sagen, glücklich bist. Ich bin so froh, dass du sicher bist. Ah. Pico schuldet dir ihr Leben. Sie nennen mich Mr. Briny. Und wer bist du? Oh, du bist Potterich. Oh, wirklich herzlichen Dank. Also, wenn's irgendwas gibt, wo du Probleme hast, sag's mir. Ich bin immer für dich da. Normalerweise findest du mich in meiner Hütte in der Nähe von den Petalburg Woods. Komm, Pico. Lass uns nach Hause gehen. Okay, okay. Dann haben wir eine gute Tat vollbracht. Den Pokéball stecken wir auch mal weg. Und hoffentlich kommen wir schnell aus der Höhle raus. Naja. Die Flurmel-Murmel lassen wir mal. Und tschü. Also gut. Aus der Höhle raus. Die Flurmel-Murmel lassen wir mal. Ach, wie süß. Also. Aus der Höhle raus. Wunderbar. Wir sind hier fertig. Oh. Und tschü stehst du auch nicht mehr vor der Tür? Was los? Äh. Ich kann wieder zurück zum Graben gehen. Okay. Kriegen wir hier vielleicht die VM? Zerschneider? Nicht wirklich, oder? Moment, das klicken wir jetzt einfach mal durch. Naja, ich glaub, Zerschneider kriegen wir in der... ...in der City. Hm, ja. Okay. Dann sehen wir uns nächstes Mal in der Stadt wieder. Und dann bringen wir die... ...da bin kurz zurück. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.